Rössler? Nein, ich meine meinen, den späteren Philipp, der von jetzt vorher, ist mein. Nein, nein, du machst schon nicht. Ich hab nämlich nicht gebraucht, du weißt ja irgendwie böse, der auf mich bei dir diese SMS geschrieben hat. Ich weiß alles. Du weißt mehr als was war, das ist ja das was er macht, denn wenn man unsere Sachen vertritt, und so erzählen sie auch wie nicht das gestimmt haben und deswegen war ich dann urlang böse auf ihn, weil er mich da gesagt hat, das wäre jetzt die extreme Bitch gewesen zu nehmen. Also er hat ja auch gesagt, dass ich ihn mit dem Bänder geschissen habe, das ist ja ein kompletter Scheiß. Was ist das? Hm? Nein, schon eigentlich nicht. Also der war mir dann ziemlich... Der Kleine war mir dann ziemlich egal. Ich verstehe mich jetzt eh normal mit uns.